Heute haben wir was vor wir wissen selber nicht was genau passieren wird wir haben viele viele Kekse ihr kennt sie alle hier die Oreos, die Cookies, die Schokolade haben wir auch hier, die hab ich als Kind immer gegessen wir werden jetzt gleich alles in den Mixer tun und dann je nachdem wie die Konsistenz ist, wir wissen es selber nicht, gibt es entweder ein Keks, Müsli oder wir machen alles zusammen zu einem riesigen Keks ich bin gespannt ihr könnt ihr jetzt auch mal reinschreiben was meint ihr wird das so eine Müslimasse oder eine Keksmasse das wird so ein Bröselkram wird das ich steck den Stecker mal rein testen mal den Mixer mal ob der überhaupt noch geht wenn ihr das hier seht Freunde dann sind wir gar nicht mehr in der Wohnung hier denn wir sind schon auf dem Weg nach Dresden wieso geht es nicht da rein die Tour fängt morgen an ich würde sagen als erstes fangen wir mit diesen kleinen Schokokeks ja die auf der einen Seite Schoko sind auf der anderen Seite Keks nicht so viel oder? bisschen mehr jetzt die Leute wollen eine Show ja nein noch nicht jetzt oh mein Gott geil das Ding muss da rauf das liegt da raus ich wollte gerade sagen dann lass mal was klebriger sein machen ja genau das ist zu viel das ist viel zu viel schafft der das? nein das ist zu gröselig naja das ist da oben fest das klebt da oben fest klopf mal drauf ah das ist die Kinderschokolade gewesen ja jetzt haben wir's packen wir mal wieder drauf hier komm die Kekslees wieder rein Leute oh 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 sehr gut dann müssen wir's nach und nach machen immer ja ja jetzt wieder rein da shit ist einfach so ein geil ne das muss aber glaube ich nicht aua okay jetzt ein bisschen was zäheres würde ich sagen oder? ja ja hier diese ja genau Celebrations Celebration war da haben wir jetzt alles Celebrations come on ja das ist neu ja zeig mal ja 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 habt ihr mal darf gegessen? ich mag das nicht ich hab das noch nie gegessen ist das nicht ein Shampoo? was ist ein Teaser Mars hast du schon drin ne? Malteser ja stimmt Teasers Trix hast du noch nicht dann? genau von jedem einen oder? ja ich glaube jedes ist drin okay jetzt bin ich gespannt Aua 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 heftig das ist ja voll geil wie riecht das? riecht mal die Nuss diese Nuss überwiegt auf jeden Fall willst du das Eis da rein machen? ja machen wir gleich schau mal richtig drauf einmal das Eis und machen wir Kinder Bueno White rein boah riecht gar nicht das will ich jetzt sehen geil erinnert mich an was okay da war ein Mail oder so okay 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 schließen da unten aber mach das nicht so dass das komplett zerbröselt jetzt jetzt ja jetzt da drin zerbröseln oder? ja da reicht auch gleich brechen wir rein mach mal einmal an jetzt noch so das ist unten alles blockiert deswegen kann da nichts sein Blockade scheiße egal raus damit okay das kommt ja nicht raus ich spür's euch fuck wir haben doch diese chinesischen Sticks geht das nicht damit? was soll das bringen? so rein schlafen das ist doch schon okay so so es fehlt aber noch genau drei drei Sachen fehlen noch also das geht sehr gut lass mal bei den Schokoräuchern die nicht so krass zerbröseln lassen weißt du bei den was meinst du? bei den Schokoräuchern und Oreos das ist nicht so krass dass das nur Bröselscher ist sondern so einmal vö ja genau man kennt das ne let's go let's go sag mal her Scheiße das hängt da oder? machen wir das wieder auf ja dieses dieses Eis das haftet alles ab das ist wie krass was ist denn noch was? mal her es sind schon viele Stückchen aber ein bisschen gebröselt ist es trotzdem geil aber wir kriegen das hin Leute was brauchen wir denn von der Kontraste ich glaube wir brauchen nur noch ein bisschen dass man nur ein bisschen Milch also wir müssen das am Ende machen oder? wir sind da noch nicht fertig so Bröelchen hier fehlt ja eine WTF schnell guck mal diese Packung ist verarschelt ab geht's wie viele? vier oh ja so ist gut das ist gut ja die brechen aber auch leicht voll geil so und jetzt da muss aber mehr rein oh das sind ey wie geil das ist so ein Megamüsli ja los ok was machen wir jetzt ja wir haben noch eine wir haben noch eine hier das ist noch ein paar von denen achso ok so einen noch ein echt einmal noch ok scheiße die sind noch ein bisschen ganz ok hier fangen noch einen rein was machen wir denn jetzt ein Müsli oder ein Keks ich glaube es sieht eher nach Müsli aus oder? wir können Müsli aber auch einen Keks machen also wenn es das im Laden gäbe mit all diesen Logos drauf ich würde das kaufen ja sehr gut ja sehr gut meint ihr das geht ja schau mal wenn wir die jetzt rein machen wollen wir das dann zu einem Keksteig machen oder wollen wir das als Müsli essen? vielleicht bindet das das erstmal warte mal scheiße die haben nicht mehr in diese Handschuhe ist das schon Müsli drin? ja ich habe ein bisschen reingemacht so Chefkoch ich habe schon ein klein bisschen gegessen das ist komplett wirklich Alter was ist das denn? ich habe Hände gewaschen Leute wow wie viele Kalorien? keine Ahnung 4000 wir könnten das nochmal in den Ofen Alter das ist zu krass also wir könnten das nochmal in den Ofen backen ja schon willst du rein machen? gib mal Backgleich okay warte Backgleich ist drin so nimm du das mal so ein Müsli wird das auf jeden Fall nicht mehr das ist nicht die ultimative Bombe ja bisschen runder muss es schon noch sein und sein damit so 200 Grad so es sind jetzt nur ich glaube so sieben Minuten vergangen aber oh hä guck mal hier hä da kommt was raus der geht so auf hier okay ah der ist auf jeden Fall dunkler geworden oder? okay lass den mal rumheben ja auf jeden Fall haben wir hier A hier ja oh lecker aus dann komm du irgendwie von der Seite oder so? ach so ja gut dann nehmen wir zwei Stück okay Vorsicht ich glaube der ist sauweich ja der ist sauweich ja der ist ultraweich ja so eine Schokokugel sieht der ist geschmolzen okay auf den Teller geil oh mein Gott das wird im Laden 500 Euro ich schwörs euch und jetzt wird hier noch so weichste Schokolade drüber gekoßen und dann ist das ein Dessert oder sowas und sowas kostet dann 500 Euro okay jetzt jeder einen Löffel bitteschön oder eine Gabel ne ein Löffel ist gut ne warte ich mach dir mal zu ich find's gut okay wollen wir? let's go angenehm warm oh mein Gott oh mein Gott krass heftig unnormal lecker ich schwör euch das ist so heftig ja das ist so heftig hä? unfassbar ich dachte es klappt nicht aber das ist mega krass boah das kannst du ohne Witz verkaufen das kannst du als dessert verkaufen im Restaurant für 12 Euro oder so würd ich kaufen ich schwör euch es ist so lecker ja unnormal wirklich alles was wir gemacht haben Kinder Bueno Bounty oder sowas haben wir bestimmt auch gemacht oder? keine Ahnung wir haben alles glaub ich schon mal gemacht das ist das Beste auf jeden Fall vom Geschmack das Beste ich schwör es euch krass guck mal es kommen immer so neue Strukturen oh mein Gott ein Tees oh mein Gott ist krass sieht aber eigentlich schon eklig aus okay da wir noch was übrig haben also das packen wir mal beiseite das ist ja jetzt unser Ultra Projekt gewesen okay es hat funktioniert nice haben wir noch das schnell in den Kühlschrank getan für die sieben Minuten das ist unser Rest aber das passt perfekt denn hier kommt das rein das tun wir jetzt erstmal hier ein bisschen rein zerbröselt das oder? zerstückel das nochmal so mit der flachen Kabel das jeden Morgen mal sehen gesund ist das auf gar keinen Fall und? ich schwöre wir haben gerade irgendwas neues erfunden ich schwöre oh man nein ich schwöre ist Hammer ich mach das ist zu krass das ist zu krass ich schwöre mit dieser Milch ich hab oh mein Gott ich glaub nicht Hammer ich dachte wirklich es failed heute aber das ist krass wie lösen wir diesen Brösel-Shit hab ich mir gedacht oh mein Gott ist das lecker ey das ist so lecker ich schwöre auf alles heute ist Donnerstag wie ihr wisst und morgen ab morgen Freitag sind wir auf Tour wir sind in Dresden morgen es gibt sogar an der Abendklasse noch Tickets also wenn ihr in der Nähe von Dresden wohnt dann kommt einfach vorbei spontan Sonntag geht es hier weiter mit Google bestimmt einen Tag lang unser Leben also wir gucken dann so wann steht der Mensch durchschnittlich auf wie viel Liter Wasser trinkt der durchschnittlich am Tag also Google bestimmt komplett unser Leben das kommt Sonntag um 18 Uhr deswegen schaltet ein kommt auf die Tour und wir sehen uns entweder morgen oder Sonntag Bye Bye Po 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 Po